Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Review des Camlan 50mm F1.1 Mark II. Ich habe die Mark II Version über Kickstarter, über den Super Early Bird ergattern können und konnte die jetzt ein paar Wochen schon testen, habe die auf ein, zwei Ausflügen mitgehabt und ich bin begeistert. Soviel schon mal vorwegzunehmen, ich bin begeistert. Aber Review-technisch fangen wir erstmal beim Bau von dem Ding an. Für alle die, die nur die Bildqualität interessiert, ihr habt einen Timecode unten, ihr könnt da direkt hinskippen. Ich habe ganz viele Beispiele, ich habe viele Fotos gemacht, ich habe verschiedene Blendenabstufungen gemacht, wie scharf die sind und ich habe ein bisschen Video aufgenommen, wie so der Look von dem Objektiv ist. Aber wie gesagt, fangen wir an, wie ist das Ding denn gebaut? Und holy moly, das Ding ist als erstes sehr, sehr schwer. Für alle Leute, die ein leichtes Objektiv in ihrer Kamera haben wollen, was nicht zu stark nach vorn zieht, also ihr habt halt zum Beispiel im Fall der X-T2, ich habe das für einen Fuji-Mount, im Fall der X-T2 ist es nämlich so, dass das Objektiv schwerer ist als die Kamera. Und das ist halt schon, das ist halt schon eine Ansage. Im Gegensatz zur Mark I Version ist das Objektiv nämlich einen guten Zentimeter dicker geworden. Wir haben jetzt nämlich hier Filtergewinde von 62 Millimetern statt 52 Millimetern und wir haben ja dementsprechend halt mehr Glas verbaut, mehr Metall verbaut und das spielt halt dann wirklich ins Gewicht rein. Ich finde es aber wirklich super, super angenehm. Ja, verbaut alles, also es fühlt sich unglaublich solide an. Der Fokusring und der Blendenring, die laufen unglaublich weich. Der Blendenring da ein bisschen fester als der Fokusring. Nichtsdestotrotz kann es aber passieren, es mir zumindest ein paar Mal passiert, dass wenn ihr unterwegs seid und Fotos macht, dass sich die Blende verstellt. Ich bin Fan von Hardstops, das wäre halt noch einen Ticken geiler gewesen. Also Hardstops im Sinne von, ihr habt für eine Drittelblendenabstufung immer so einen Klick und dann könnt ihr halt einfach durchklicken bis Blende, in dem Fall bis Blende 16. Aber das ist ja nicht gegeben, deswegen verstellt man das mal leicht, wenn man draußen unterwegs ist und nimmt dann ganz oft Bilder nur in Blende 1.4 auf. Aber man sieht ja wenig Unterschied, aber wenn man halt Blende 1.1 hat, dann möchte man natürlich auch Bilder auf Blende 1.1 machen. Ja, es wird mitgeliefert mit einer Sonnenblende, die aufzuschrauben ist und ja, gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich habe die ersten Schramme schon dran. Ja, das passiert halt, ne. Dem Ding wird man ansehen, wenn man es viel benutzt. Allein hier oben an der Blende, ich habe jetzt schon hier eine silberne Schramme und hier eine silberne Schramme. Schramme werden also bei dem Ding hier Einzug halten. Wir haben hier 11 Blendenlamellen verbaut, die für ein schön rundes Bouquet sorgen, wenn ihr abblendet. Und ich persönlich habe jetzt nicht so viel abgeblendet, um da das für mich irgendwie... Man hat das Ding einfach, weil es Blende 1.1 hat. So, ich könnte mir genauso gut dann auch Blende 2.8 mit Autofokus holen, aber wir wollen hier die Blende 1.1. Deswegen habe ich das ganz, ganz viel auf Blende 1.1 benutzt. Und da kommen wir direkt, glaube ich, zur Bildqualität. Am besten, ihr habt auch das Video auf. Würde ich euch empfehlen, jetzt auf 4K zu stellen und einfach die Bilder in größerer Auflösung anzugucken. Für die Leute, für die das schwierig ist, ich habe unten auch einen Flicker-Link eingefügt und da könnt ihr euch einfach mal die Bilder auf Flicker angucken. Und ja, da hat man einfach bessere Auflösungen als auf Instagram und euch selber ein Bild einfach über die Bildqualität machen. Ich bin von der Bildqualität einfach begeistert. Ich hatte es gestern noch mal mit draußen und ich habe sehr, sehr viel auch wirklich dann auch Objekte, die weiter entfernt sind, mit Blende 1.1 fotografiert. Und das Ding ist offenbar nicht schon knackscharf. Ihr dürft jetzt nicht so Pixel piepen. Für Pixel Pieper ist das vielleicht nichts. Allein die chromatischen Aberrationen, die das Ding gibt. Und dass es halt ein klein wenig weicher ist in Offenblende, das macht halt vielleicht euch dann nicht glücklich. Ich habe zum Beispiel ein Bild, wir waren zusammen in Winterberg mit ein paar Leuten, wir wurden eingeladen und dann habe ich ein Bild von dann drein gemacht mit dem Objektiv auf Offenblende und auf den ersten Blick, so wie ich es angucken würde, sieht es sehr gut aus. Aber wenn man dann ranzoomt an den Rücken von der schwarzen Jacke, da sieht man dann halt schon eindeutig, dass da ein blauer Schimmer ist. Die Lightroom-Korrektur für chromatische Aberrationen ist hier schon drin. Ich meine, ich würde das mit Photoshop rauskriegen, wäre kein Problem. Nur mich persönlich, also ich sehe es nicht. Wenn ich rauszoome, ich sehe es halt einfach nicht. Und das zieht sich halt immer so überall durch. Das könnte bei Nahaufnahmen und bei Sachen, die klein sind, ich habe zum Beispiel ein paar Pilze damit fotografiert, um die herauszustellen, da könnte das eher ein Problem werden. Aber in der Mitte habe ich das Gefühl, dass es auch nicht so stark auftritt. Also müsst ihr einfach mal gucken. Ist auf jeden Fall preis-leistungstechnisch halt einfach der Knaller. Ich habe auch gestern nochmal Vergleichsbilder gemacht von den verschiedenen Blendenabstufungen. Also ihr seht auf der linken Seite das rausgezoomte Bild und auf der rechten Seite das reingezoomte Bild. Ich habe auf den Baumstamm unten fokussiert und habe dann einfach immer weiter abgeblendet. Nicht jeden kleinen Stopp, sondern ich habe Blende 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6 und 5, 6, 8 und 16. Und da kann man ganz gut sehen, Blende 1, 1 ein bisschen weicher, 1, 4 ein bisschen schärfer. Ab Blende 2 ist quasi alles scharf und ab dann ist es einfach nur noch, wie viel Tiefenschärfe möchte ich denn haben. Und bei Blende 8 oder 5, 6 seid ihr da eigentlich auf der sicheren Seite auch den Baum von vorn bis hinten im Fokus zu haben. Für geübte Benutzern von manuellen Linsen ist es, man kann schnell damit arbeiten. Ich habe ein paar Bilder gemacht von den Leuten, als wir unterwegs waren und ich habe dann nicht irgendwie gesagt, jetzt bleibt mal stehen oder so, sondern ich habe ja on the fly Fokus gemacht damit und ich bin begeistert. Also ich habe da einen ganz eigenen Workflow damit, einfach mal für euch, die sich da vielleicht nichts darunter vorstellen können. Hier neben meinem Mittelfinger ist ein Knopf und den Knopf habe ich mit der Fokuslupe besetzt. Und da ist es für mich ganz einfach, den Finger hier zu lassen, den einen Finger auf dem Shutter. Und wenn ich fotografiere, drücke ich den Knopf, fokussiere und drücke auf den Auslöser. Und das funktioniert mit dem Setup wirklich, wirklich gut. Vor allem, weil der Fokusring halt so leichtgängig ist. Wir haben hier einen recht weiten Fokusbereich, also wie weit ihr den Ring drehen müsst. Wir haben hier satte 180 Grad und im Hauptbereich, wenn ihr Portraits macht, wenn ihr Leute fotografiert, wenn ihr Street damit fotografiert, werdet ihr aber hauptsächlich die Finger nur so bewegen. Also sagen wir mal zwei Zentimeter hoch, zwei Zentimeter runter, denn da fängt dann die Skala an zwischen drei Metern und endlich. Die Schärfeebene, mit der ihr arbeiten müsst, wenn ihr auf Blende 1.1 fotografiert, die ist wirklich sehr, sehr klein. Selbst auf Entfernung ist es da nicht so einfach, den Fokus zu ziehen. Da werden halt einige, ja, Fehlfotos dabei sein. Das Schöne ist, wir leben ja, ne, 2019, ich habe ein paar Fehlfokus-Fotos. Was ein Scheißwort. Ich habe ein paar Fotos, wo ich fehlfokussiert habe und, ja, mit Hochpassfilter in Photoshop und so, da kann man da ein bisschen, kann man da ein bisschen was rausholen noch, ne. Und auf Instagram dann komprimiert sieht man da einfach nichts mehr. Dann sieht das halt aus, als wenn das einfach scharf wäre. Dementsprechend, ich bin damit super zufrieden. Das Ganze wird, wenn es rauskommt, wenn es dann auch im deutschen Amazon da sein wird, so um die 200, 220 Euro kosten. Und das ist eigentlich, für die Art von Objektiv ist es eigentlich, ja, es ist ein gerechtfertigter Preis. Es gibt noch zum Beispiel das 35mm, Mitakon für Fuji jetzt zum Beispiel mit 0,95 und das kostet 350 oder so. Also, das gliedert sich da schon ganz gut ein. Die Performance, die es bringt, ist es eigentlich für den Preis unschlagbar. Also, wer gern manuell fokussiert, wer gern einen sehr, sehr offenblendigen Look mag, wer, ja, wer einfach ein bisschen auch das Fotografieren entschleunigen möchte, ist vielleicht, ja, das perfekte Objektiv für euch, wenn ihr so ein bisschen ein Portrait macht, wenn ihr ein bisschen mehr Tele mögt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag sehr viel Tele. Ich bin viel mit dem Tele unterwegs und da spielt das eigentlich ganz gut rein. Mit nämlich auf Kleinbild umgerechnet 75mm. Ich würde aber jetzt nicht, irgendwie, weil es nur noch nicht da ist, auf die Mark 1 Version gehen. Die Mark 1 Version ist wesentlich schlechter. Ich persönlich habe sie nicht besessen, aber so die Vergleichsbilder, die ich gesehen habe, die zeigen mir, dass die Mark 1 Version wesentlich schlechter performt in eigentlich allen Bereichen. Ja, wenn ihr Fragen habt, haut die gern unten in die Kommentare. Ich werde sie euch so gut es geht beantworten. Und für alle, die jetzt neu dazugekommen sind durch das Review, ja, mich würde es freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Also hier werden ab und zu Videos hochgeladen. Ich habe ein bisschen Spaß an der Sache. Ich bin kein Profi, ich bin Enthusiast, wie man so schön sagt. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Mich würde es freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ich würde sagen, macht's gut. Hau drin und tschö. Hau drin und tschö.